Moin Leute, was geht? Herzlich willkommen auf meinem Kanal zurück. Heute ist der Tag, wo ich es offiziell als Partner, jetzt habe ich es schon verraten, euch offiziell vorstellen darf und es ist der erste offizielle Tag, wo ich ganz offiziell auf jeder Liste auftauche, wo es überall eingetragen ist, wo ich mit euch offen drüber sprechen kann. Und wir reden über meine Impressionen von Fortunes Keep. Disclaimer, sie haben sich wirklich Gedanken dabei gemacht. Technische Probleme und anderes ruinieren das Ganze aber wieder. Bevor wir dazu aber kommen, ich bin offiziell deutscher Display-Partner. Ich habe absolut keine Ahnung, warum von all den Hunderten und Tausenden, die sich da in den letzten Jahren beworben haben, ausgerechnet ich das Glück habe. Aber ich werde mich nicht beschweren. Ich mache das hier seit so vielen Jahren und ihr habt keine Ahnung, wie sehr ich mich darüber freue. Jeglicher Geldaspekt zur Seite und irgendwelche Umsatzbeteiligung und sonst irgendwelche Sachen, die da mit reinspielen. Die Tatsache, dass ich seit Jahren Kunde bei Displayed bin und diese Idee, die sie damals hatten, einfach genial finde. Und das ist ja das Problem, was ich immer hatte. Poster, zumindest in meiner Jugendzeit, als ich noch Poster hatte, man macht sie einmal dran, sobald ihr sie abmachen wollt. Tesafilm reißt das Poster mit ab, bereißt eine Ecke mit ab, hält nicht lange, wird dreckig, wird nass oder sonst was und das Poster ist ruiniert. Und dann Poster neu finden, war immer Mist. Jetzt, es ist einfach so perfekt und ich zeige euch die Homepage einmal, für die ihr es nicht kennt. Wenn ihr irgendwas Individuelles für euer Zimmer haben wollt, ist Displayed der perfekte Partner. Die Tatsache, dass ich euch das zeigen darf heute und ich nehme jetzt eine paar Sekunden und ihr werdet es mir verzeihen. Ihr wisst, ich mache sonst, wenn ich euch irgendwas vorstelle, mache ich es immer ganz kurz, aber das ist wirklich wichtig für mich, weil es mir am Herzen liegt. Displayed hat eine geniale Technik, für die, die es nicht kennen. Ihr habt ein ganz, ganz großes, genau da, ich habe es jetzt einmal dahingestellt, meine neuen Displayeds. Etophe werde ich ja aussuchen, mega cool. Zwei verschenke ich an die Community im Livestream. Lohnt sich vielleicht einmal vorbeizuschauen. Werden mit an die Wand kommen. Einige von den Schaumstoffpanels kommen dafür ab, da will ich ein bisschen umdesignen. Displayeds sind deswegen genial, weil sie a. unzerstörbar sind, b. euer Leben lang halten und das Geilste, ihr könnt aussuchen aus, was auch immer ihr sie haben wollt. Nehmen wir Gaming, ihr könnt, was Gaming angeht, euch wirklich so ziemlich alles aussuchen. Hier zum Beispiel natürlich, ich habe mir übrigens auch ein Zombie-Displate bestellt. Es sieht sehr, sehr geil aus, was die hier anbieten. Die ganzen Sachen bei Displayed sind von Partnern, die selber Creator sind und Künstler in dem Fall. Die verkaufen ihre Designs an Displayed und bekommen eben anteilig, wenn sie ein Design öfter verkaufen, dafür Geld. Sehr, sehr cool. Displayed hat also in dem Sinne wirklich so ein bisschen, jeder kann davon profitieren. Ihr als Kunde, wir als Creator, die es vorstellen, das bei uns zu Hause haben dürfen und alle, die für Displayed arbeiten als Künstler und sonstiges. Das Geile ist, ihr braucht nur einen Code von mir eingeben. Hier oben ist jedes Mal ein aktueller Link. Aktuell 22% Rabatt auf ein Displayed und 33%, wenn ihr zwei oder mehr bestellt. Das Coole ist immer, ihr braucht überhaupt nicht irgendwie 100.000 Sachen bedenken, sondern einfach nur den Link anklicken. Ihr nehmt den Code, der gerade bei Displayed aktiv ist. Ist egal, welcher das ist. Guckt, dass es ein guter ist. 33% Rabatt auf zwei Displayeds ist schon mega. Und dann bestellt ihr das. Ihr könnt das in jeglichem Farben bestellen. XL in L, in XL. XL ist halt vierfach und ihr habt dann, ich glaube, acht Magneten, die ihr an die Wand bringen könnt, mit speziellem Kleber. Wenn ihr es irgendwo anders hin haben wollt, macht die Magneten ab, keine Rückstände, macht es neu wieder ran. Ich liebe diese Partnerschaft und ich bin so froh, dass die mich dazu genommen haben. Und wenn ihr was Cooles findet, bestellt über meinen Link. Das würde mich heftig unterstützen und würde zeigen, dass es sich lohnt, auch kleineren Creator eine Chance zu geben. Das war jetzt ungewöhnlich lange Vorstellung, bevor wir zum Hauptthema kommen und seht es mir nach, hasst mich nicht dafür. Es geht hier für mich in erster Linie darum, dass ihr einfach den Impact von mir mitbekommt, wie geil das für mich ist, was es für mich bedeutet, wie froh ich darüber bin. Aber wir wollen ja auch zum nicht so guten Thema kommen. Fortune's Keep, Remastered, Reloaded. Man kann es nennen, wie man es eigentlich will. Es ist Fortune's Keep mit einigen Änderungen. Und ich habe in meinem Leben ja mittlerweile gelernt, es kommt immer besser an bei der Zuschauerschaft, wenn man zumindest ein paar oder die positiven Dinge zuerst erläutert, um dann auf die negativen einzugehen. Was es positiv an Fortune's Keep? A, dass es zurück ist. Ich fand nämlich die Researchance-Karten jetzt bei Almasra und so nicht so geil. B, ein großer Pluspunkt, sie haben dynamische Elemente reingebracht. Zum Beispiel den Weinkeller, den man fluten kann und entfluten kann oder wie auch immer man es nennt. Die dynamischen Brücken auf der Karte, die eben auch verschiedenste Plays erlauben. Sie haben an der gesamten Beleuchtung Änderungen vorgenommen, die dafür sorgen, dass wenn man in einen Raum reingeht und wieder rausgeht, dass dieser Übergang viel dynamischer aussieht. Das sind alles Änderungen, die ich als durchaus positiv sehe und die beim aktiven Spielen, solange es technisch denn ging, auch durchaus Spaß gemacht haben. Hätte man also Fortune's Keep mit diesen dynamischen Änderungen und Elementen rausgebracht und wir hätten vielleicht nicht das schmutzigste Matchmaking, was es in irgendeiner Franchise überhaupt gibt, die nicht ranked ist. Und ja, es gibt Research is ranked, hat ja auch nicht funktioniert, da wurde dann auch die SR nicht gezählt und so viele Probleme und es ist so ernüchternd darüber zu berichten, weil man als Creator und einige sagen ja, man möchte mit Absicht negativ berichten, weil es mehr Aufrufe gibt. Das ist sogar wahr, aber wisst ihr, die Diskussion, die ich dann in den Kommentaren führen muss, wo Leute dann einem sagen, dass man mit Absicht Dinge negativ sieht, selbst wenn sie sie gar nicht so negativ sehen, sind ermüdend und wenn man das über Jahre macht, hat man irgendwann keine Lust mehr drauf. Ich bin aber auch kein Creator, der einfach fünf Videos die Woche raushaut, indem er irgendeinen Schwachsinn gut redet, nur damit er eine gewisse Anzahl an Videos hat und eine gewisse positive Meinung. Und ich glaube, jeder, der mich jetzt im gesamten Zyklus, den wir bisher von MB3 haben, verfolgt, hat gesehen und kann das in jedem einzelnen Video, sind alle verfügbar, auch nachsehen. Ich bin kein, ich hasse MB3 nicht, ganz im Gegenteil. Ich finde, super viele Entscheidungen sind genau richtig gewesen. Dieser große, dieses große, dunkle Damoklesschwert, was sich SBMM nennt, ist einfach überall und ruiniert die gesamte Experience und dieses Jahr sogar mehr, obwohl das Game besser ist als letztes Jahr, was mich persönlich tatsächlich erschrocken hat. Und ich glaube, dass einfach viele, so wie ich, an dem Punkt sind, wo sie, was diese Franchise angeht, sehr ernüchtert sind und sehr satt einfach und auch nicht mehr bereit, einfach alles hinzunehmen. Und dieses Hinnehmen ist das, was uns zu den negativen Aspekten führt. Die technische Verfügbarkeit von Fortunes Keep bis heute, eine Woche nach dem Update, ist absolut bodenlos. Im Hintergrund läuft die einzige Runde, die wir halbwegs zu Ende spielen konnten, ohne durchgängig Packet Lost, ohne durchgängig FPS-Einbrüche, die dafür gesorgt haben, dass das Game einfach crasht. Und nicht nur auf einer Konsole, sondern auch auf dem PC. Ich bin, ich habe versucht für euch eine Runde, eine geile Runde, eine aktive Stellerunde aufzunehmen, vor dem Video heute und bin extra dafür an den PC gegangen, um Kontrolle am PC anzuschließen. Und habe ich gedacht, als der größten Probleme, sobald ihr auf der PS5 Fortunes Keep startet, in die Runde startet, seid ihr bei 120 FPS. Ihr habt keine FPS-Anzeiger, aber ihr seht es. Jeder, der mit 120 FPS spielt, sieht sofort den Unterschied, wenn es weniger ist. Es sind höchstens 60, vielleicht 70, die man nach ein paar Sekunden plötzlich nur noch hat. Dieses Game, was so dynamisch ist, was auch so schnell ist und aggressiv ist, ist absolut unspielbar für die Augen, für die Sinne und für den Spaß mit 60 FPS. Sie kriegen es nicht geschissen. Und das muss man so sagen, wie es ist. Sie kriegen es nicht geschissen, endlich ein einziges Update zu machen, was nicht von vornherein komplett im Arsch ist. Und jedes Mal, wenn solche Updates kommen, sorgt es dafür, dass Leute wie ich motiviert sind, in das Update starten und eigentlich die ganze Zeit denken, es gehört irgendjemand verprügelt. Und das ist seit Wochen und Monaten und Jahren. Und die Tatsache, dass ich am Mittwoch einen einzigen COD-Stream gemacht habe. Einen einzigen. Ich hatte eigentlich vor, Fortune's Keep zu öfter zu spielen, weil Fortune's Keep, Resurgence, Rebirth Island später, das ist meins. Ich konnte es nicht, weil ich so hart von Matchmaking und den technischen Problemen durch war, dass ich kein Interesse mehr hatte. Kommen wir zum nächsten Problem, was wir haben. Die gesamten Power-Ups, die wir bekommen, diese Zombie-Power-Ups, klingen und klangen super gut, machen aber die gesamte Dynamik des Games total wirr. Leute laufen an einem vorbei, die gefühlt doppelt so schnell sind. Manche kriegen keinen Fallschaden. Man jagt jemanden, man geht mit einem Fallschirm hinterher, die fallen einfach auf den Boden, kriegen keinen Fallschaden, töten einen in der Luft. Es sind so viele Random-Aspekte, die schon wieder reingebracht worden sind. Und diese Random-Aspekte werden nicht reingebracht, weil jemand bei den Entwicklern wirklich denkt, dass das eine geniale Entscheidung ist, sondern weil bei jedem einzelnen Gameplay-Aspekt mittlerweile auf die Mehrheit der Spieler geachtet wird, nämlich die Casual-Gamer. Das Problem ist, es überlappt sich, denn wir haben ja nicht nur die Gameplay-Mechaniken, die schon für Casual-Gamer ausgelegt sind. Wir haben nicht nur die Time-to-Kills in COD, die für Casual-Gamer ausgelegt sind. Und wir haben ja auch noch das große Ganze, und so zeige ich übrigens drei, ich weiß auch nicht warum, das große Ganze Skill-Based Matchmaking, was auch schon dafür sorgt, dass ja Casual-Gamer in Anführungsstrichen separiert bevorzugt werden. Ihr könnt es nennen, wie ihr wollt, hasst mich nicht, wenn ich sage bevorzugt. Von SPMM profitiert keiner, außer der Geldbeutel von Activision. Und wer das noch nicht kapiert hat, dem werde ich es auch nicht mehr erklären können und will ich auch nicht mehr. Das heißt, Fortune-Skip könnte als Überbrückung für alle, die jetzt mit dem Multiplayer durch sind, eine gelungene Abwechslung sein. Sie haben es aber mit dem gesamten Update wieder nicht hingekriegt, dass es einfach von Anfang an vernünftig flüssig läuft. Und wisst ihr warum nicht? Weil man anstelle von Activision und Microsoft tausende von Qualitätstestern, Spieleentwicklern und verantwortlichen Personen rausgeschmissen hat, damit man den Gewinn wieder maximieren kann. Und wisst ihr was? Ich mache Content über COD, das ist mehr oder weniger auch Werbung, das weiß ich. Ich mag es einfach darüber zu sprechen, weil ich so viel Erfahrung in dieser Franchise habe. Aber ich als Spieler habe einfach keinen Bock mehr, mir das zu geben. Ich sitze im Stream und muss ein Dutzende von Menschen unterhalten, obwohl ich eigentlich die Hilfe eines Games dafür haben sollte. Ich kann es aber nicht, denn das Game stürzt die ganze Zeit ab. Ich bin in der Lobby, Lobbywartesuche, Freundeslobbysuche und, und, und. Und es ist einfach ermüdend, es ist einfach anstrengend. Ich hoffe, dass sie diese FPS-Probleme und diese FPS-Einbrüche, und ich weiß nicht, ob ihr dieselben hattet, ich vermute, weil wir hatten es alle in der Party, dass sie die in den Griff bekommen. Ich hoffe, dass sie diese Zombie-Power-Ups nie wieder mit reinmachen und komplett entfernen. Und ich hoffe, dass der Rework von Rebirth Island, der ja schon geteasert wurde, von Anfang an besser funktioniert. Wir haben ein bisschen anderes Movement als zur Vanguard-Zeit und das ist auch okay für mich. Das Movement ist trotzdem gut. Nicht so gut wie früher, aber gut. Aber wenn das Game technisch nicht wirklich spielbar ist, kann es auch keiner genießen. Und dann seid ihr genauso wie ich, dann sucht man sich irgendwann halt etwas anderes. Und ich glaube, vielen von euch geht es so, und das verstehe ich auch, und da gehöre ich mittlerweile einen Teil auch dazu. Ich sehe keine Chance mit dem Matchmaking, mit den Problemen, mit dieser amateurhaften Vorstellung von Games mittlerweile, dass man euch und mich langfristig als aktive Spieler wirklich wiedergewinnt. Und ich muss euch sagen, andere Games wie Tarkov und nennt es wie ihr wollt, machen es einfach besser. Lasst mich eure Meinung wissen, haut euch ein geiles Display ins Wohnzimmer, wünscht euch das zum Geburtstag und vielen Dank dafür, dass ihr mir das ermöglicht habt. Mir bedeutet das super viel. Ich hoffe, ihr versteht das. Haut rein.